Raumstation ist bevölkert von Tierchen. Dann kann ich das jetzt mal abkrabbeln. Tu das. Ich hab den Durastil vergessen. Ich liebe es, wenn du 50 mal hin und her rennst. Das ist ja... ne? Naja. Aber jetzt. Jetzt hockt die Katze davor. Oh. Okay, das hab ich jetzt abgetradet. Jetzt muss ich nur noch das Teil da oben. Niedlich, die Tierchen schlafen jetzt. Pinguin legt sich auch hin. Und noch ne Batterie. Ich glaube nicht. Geh weg, Pinguin. Jelly-Blob. Okay. habe ich jetzt auch abgeführt ich würde gern ein ohr kann ich nicht abbrechen okay das kann ich noch ewig lange nicht machen warum ich wollte ich gucke gerade mal während die tierchen noch wachsen was ich an zutaten brauche für die raumstation und ich bräuchte 450 titanium barren 600 gold barren 160 silber barren 600 copper war ja insgesamt ja für einen raum zu 450 ja das ist für die gänge nicht für den raum es gibt ja einen ganzen raum den du damit kraften kannst und der hat halt am meisten so was gibt es denn noch was man noch machen kann was kann man denn hier alles bauen ja 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 haben wir schon das haben wir schon ich möchte als nächstes den hier bauen genau den korridor es gibt einen langen korridor nicht bau normal da bräuchte ich 40 titanium 50 gold ja das ist so und ohne titanium kannst du hier überhaupt nichts machen titanium ist das wichtigste material hier und gold mit silber zusammen und körper wegen den körper weil ich sollte es das sollte man nicht vergessen ich finde es so toll dass wir den kampf geschafft haben auch wenn wir dabei mehrfach gestorben sind ich bin auch nicht so oft hier sind jetzt lauter tiere das ist bitte ein arzt in der rato addon das brauchst du um dein ferrosium oder dein dein um diese vier steine ja doch vier kristalle die wir zuletzt gefunden haben ferrosium solarium und dann die anderen meinen das grüne egesalt und denn das lila da um das verarbeiten zu können brauchst du diese addons das heißt du brauchst dreimal nachher einen ofen einmal in ob warum dreimal ein ofen oder warte war das der ofen oder der das war der inwild du brauchst 3 inwild weil jeder inwild dafür diese addons weil du kannst ein addon immer bloß auf ein geupdateten enwild packen wenn du ein anderes update so ein anderes addon drauf machen willst musst du halt noch einen zweiten enwild kraften und den auch wieder upgraden und dann dasselbe noch ein drittes mal wenn du brauchst im endeffekt nachher drei endwild mit jeweils drei addons mit jeweils einem addon so na du stellst drei endwilds hin die fertig abgegradet sind bis zum schluss dann heißen sie ja nicht mehr endwild sondern replikator und dann packst du auf jeden von diesen endwilds ein addon rauf aber was ok und nur dadurch bist du dann in der lage nach solarium zu verarbeiten oder auch egys alt und nein ich kann aber wie verarbeiten das ist nicht das was ich verstehe na du machst du an dem ende rüstung ja ja und diese rüstung kannst du dann nachher nur machen wenn du diese drei dinge gebaut hast jetzt habe ich das verstanden jetzt habe ich verstanden was du mein ich habe noch nicht aufgeräumt sonst hätte ich dir das auch zeigen können ach hast du schon gebaut ich habe die schon fertig so weit aber ich habe kann sie noch nicht aufstellen obwohl doch ich kann ich wollte wollte das ja da drüben stellen kann ich aufstellen wo habe ich dir hingelegt hier offensichtlich nicht hier sind schon mal die drei dinge hier sind die replikator genau ich kann es auch stellen das ding passt dann nehme ich den da drauf da drauf da drauf so ich kann dir das jetzt hier zeigen wenn du willst nun warte mal ich such gerade was ok ich bastel hier gerade aber irgendwie kennt man wieder nicht das was ich suche ich hasse das naja ich habe irgendwo mein holz eingeschmissen ich habe noch zehn upgrade module will jemand aber auch noch welche naja gut die brauchen wir nachher für die die raumstation dann auch von daher die bleiben nicht so rumliegen wie die techcars also es gut module habe ich jetzt noch ok na schade mir fehlen von dem manipulator module noch aber ich habe ja noch ein paar säcke übrig ich habe noch ein paar für dich ja falls du die jetzt bräuchte ich habe auch noch säcke da die habe ich noch nicht geöffnet wo wo ich das holz hin muss ich mir jetzt einen planet mit holz suchen vielleicht ich habe irgendwo das holz hin weiß nicht wo weißt du wie viele techcars ich mit zu haben wie viele techcars hast du denn 28 oder so also nicht so viel also falls du welche brauchst nimmst du dir nö nö ich habe 80 hm ich glaube man konnte man brauchte die aber auch noch für was anderes du ich sammle die die sind ja hier rum ja ansonsten sammelst du denn halt falls du mal einen anderen charakter spielen willst dann brauchst du dir auch wieder nein google du solltest die seite nicht übersetzen warum nicht ne doch man kann die echt nur für die zum freischalten der techniken nutzen mehr funktion haben die techcars nicht ok ok ja die fachl aber nicht das holz ich hab's gefunden ich hab's gefunden ich hab die fackeln aber nicht das holz ich hab's gefunden ich hab im feifl und ding immer wieder rein ja find ich ja Parax find ich ja auch toll find ich ja auch toll ja sooo sooo so viele schöne thronen Was denn? Ich lese bloß, was das noch alles gibt. Was ich vielleicht noch nicht gebaut habe. Ach so, sehr gut. Es regnet. Es regnet, warum? Hier draußen bei mir regnet. Hier sieht es ziemlich dunkel draußen aus. Könnte also auch mal regnen, gleich. Ich habe gerade rausgeguckt und deswegen weiß es, es regnet. Okay. Ne, ich höre es. Was ist das? Manipulator-Add-On? Das brauchst du auch. Es gibt drei Add-On's, die du bauen musst. Wenn du alle Rüstung haben willst. Über die, also, ach, das jetzt verstehe ich. Und diese Add-On's, also diese drei, muss ich dann praktisch auch jeweils auf einen Apfel. Genau. Dann hast du noch einen blauen, einen grünen und einen lilanen. Je nachdem, für welches Material du bauen willst. Immer nach oben. Eine Patch-Station ist was? Für deine Tiere. Da kannst du das, da kannst du Bälle bauen, eine Heilungsstation und dann das Ding, was, womit deine Wolke fixiert ist. Dann schalt mir eine Batterie. Aber eine Heilungsstation, ach so, ja. Ah, die hatte er mir gegeben damals. Okay. Einen Pixel-Kompressor hab ich. Einen Pixel-Printer? Was ist ein Pixel-Printer? Da kannst du viele Sachen, die du unterwegs eingescannt hast, wie Türen, Schadstruhen und sowas ausdrucken. Gegen Pixel. Oh, das will ich haben. Nicht alles, aber vieles. Ich will den, äh, wenden Moment, ich hab einen schwarzen Kühlschrank gesehen, den wollte ich unbedingt haben. Eingescannt hab ich ihn schon. Ja, dann könnte er drin sein. Sind leider bloß circa 30 Prozent von dem, was wirklich eingescannt wurde. Ich gehöre, aber vielleicht hab ich Glück. Ich hab einen schwarzen Kühlschrank. Der stand mal auf einer Raumstation, glaub ich. Falls das der ist, den du meinst. Ja. Der kostet 180 Pixel. Ja, ja, ich hab ein bisschen was auf der hohen Kante. Man kann ja auch sortieren. Und ja, Standard-Fridge und den Check-Fridge gibt's. Und den find ich total toll. Der S, glaub ich, auch größer als den, den wir haben. Weiß nicht, der hat 32 und der andere. Der hat auch 32. Die haben beide gleich. Ich hab mir auch einen davon gemacht. So. Oh!